Na Mensch, vom Sonnendeck des Superlativs AIDA COSMA sah doch dieses Riesenrad gar nicht so weit aus. Im Gegenteil, zum Greifen nahe. Aber die Ernüchterung vom Wegen zum Greifen nahe sollte recht bald kommen. Die Wegkarte zeigte etwas anderes. Und da sieht der Weg schon bedeutend anders aus. Hier eine werdende Allee mit nur jungen Bäumen. Dort unter der Brücke ist schon Wüste. Sieht das jeder? Na, wollen wir mal gucken. Ist es eventuell gelungen, einen Fallschirmspringer zu fotografieren? Oder hat es nicht geklappt? Aber kaum zu glauben, das Riesenrad sieht doch ziemlich nah aus. An werdenden und fertigen Hochhäusern vorbei? Na, irgendwo muss doch hier wieder Wüste sein. Na, hier sehen wir erst mal den Superlativ. Und hier die kleinen Superlative. Hier ist die Wüste wieder durchgekommen. Ein Wolkenkratzer noch im Bau. Es scheint hier das Motto zu gelten. Wer kann mehr, wer kann höher. Hier die Wüste wieder durchgekommen. Hier die Superlative. Hier die Wüste. Hier die Wüste. Hier die Wüste ist überall gegenwärtig. Wie hier übertrumpft wirklich eins das andere? Bloß bescheidene Frage, wer könnte in diesem Laden kaufen? Wer hat die Kraft dazu? Das Riesenrad kommt immer näher und näher, aber es ist doch noch nicht zu greifen. Jetzt sind wir richtig, vom einen Superlativ zum anderen Superlativ. Beide zum Greifen nahe und doch ziemlich fern. Trotz aller Superlative, die Wüste ist allgegenwärtig. Überall findet man sie, wenn das auch nur ein kleines bisschen ist. Immer wieder hier Superlativ, da Superlativ. Ein Blick auf den zurückgelegten Weg oder Hochhäuser, wie man will. Klares Wasser, gibt's gar nichts. Und jetzt kaum bemerkt, hier ist die Startbahn für die Fälschenspringer. Hier ist die Startbahn auf der Karte. Und hier fliegt gerade ein Flugzeug ab. Das Riesenrad kommt näher und näher, ob es will oder nicht. Okay. Aber hier, sie verkauft hier Wohnungen. Ja. Und kann sogar überall in die Welt anrufen. Und jetzt ist es erreicht. Das Riesenrad. Ganz schön imposant, so ein Ding. Das muss doch eine ganz herrliche Aussicht sein. Von ganz oben auf die Superlative und auf das Meer zu blicken. Schade, dass es repariert wird. Aber es wird auch mal wieder in Ordnung sein. Tasse Kaffee und rückwärts geht's. Verlockende Erzeugnisse oder Klimbim. Hallo. Also die Sicht ist überall ganz herrlich. Hier scheint das Geld herzukommen für all die Superlative. Sieht doch gar nicht mal so weit aus. Das muss doch schnell zu machen sein. Auch hier guckt die Wüste vor. Obwohl es wahrscheinlich angeschwemmter Sand ist. Hier nochmal direkter die Wüste. Also ganz ehrlich. Nach diesem herrlichen, naja fast Tagesspaziergang. Also man kann es so sagen. war auf dem Schiff erstmal Essen angesagt und danach eine Weile auf dem Sonnendeck ausruhen. Das war notwendig. Aber im Allgemeinen ganz herrliche Superlative waren hier zu sehen. Die Autos. Ich meine man soll ja Menschen nicht nach Autos beurteilen. Aber bei sehr vielen wird das gemacht. Vom Lambo, der Ferrari, die BMW Klopper, Maserati. Alles ist hier vorhanden. Also ein Superlativ jagt den anderen Superlativ. Anders kann man das hier nicht bezeichnen. Bei diesem wirklich sehr schönen, bei herrlichem Wetter Spaziergang. Rückweg des großen Spaziergangs. Aber die zielstrebigen, festen Schritte zeugen davon, dass es einer körperlichen Stärkung bedarf. Und vor allen Dingen einer aufmunternden Tasse Kaffee auf dem Schiff. Aber bei dem Schiff . Schiff. Aber beim Schiff suchen eine Schiff. Dann traf eine Gerüche. Jetzt haben wir Pferde und mit der Gewaltzäckung. Ich habe noch nicht ein gutes Sprach. Und ich bin jetzt. Ich bin斗ль von Himmel. Ich bin Kontakt zu ihm. Glücklicherweise ist es nicht mehr weit bis zum Schiff.